ja da rausgetappt so jetzt auf dem main account wir haben ein paar puls wir haben ein paar maul vertrauen niemals dein maul ich sehe schon die mit quality muss werden besser sein ich sag mal dings ein bisschen runter erwartungen eine crown reicht jetzt hast du gleich die absoluten turbo immer puls ich sag noch mal viermal crown in einem 10er pull und da gibt es auch ihren skin habe ich gehört habe ich auch gehört ich habe auch gehört wenn du drei und dann eine puls dann auch crown skin machen wir mal die 130 puls und gucken was passiert oder so in die richtung ich habe schon einen gemacht dass ich kapitel 30 beendet habe das heißt das ist jetzt sozusagen der zweite 10er multi ich wollte gerade sagen bleibst du blau es geht da weiter wo es eben aufgehört hat und ich glaube es kann gar nicht blau bleiben ist nicht eine SA nein es ist nicht wie in blue archive es kann immer es kann 10er a unit pull gehen es geht halt legitim da weiter wo es eben aufgehört hat da beheißt der account nicht mal SA only so voll nur vier ich habe aber gesagt 200 puls sind nichts und dann vier crowns in einem nummer vier let's go let's go let's go hier in einem vier in einem vier in einem vier in einem vier das ist die menge SA's anis noch mehr anis noch einer anis das waren keine drei anis in das kann ich hoffe ich hoffe auch gerade auf einen prozent chancen so voll nummer fünf machen wir mal den anno der anno war nicht so gut ich bleib bei meiner prediction 200 ins nichts ist ob da ist going on in der jahre ist bleibt dabei wie es eben war bei friendship funktioniert auch nicht aber wir haben die tickets was erwartest du auch bei friendship es ist spook es ist spook es ist auch die erste und p wie frown brauche ich jetzt bitte als nächstes wer kennt sie nicht die gute alte frown mhm 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 wie wärs mit p wie pur pull pain pull pain pull pain packer da sind die tickets weg rip 90 tickets das erste mal kran will einfach krone mag nur edelsteine wenn sie jetzt in den letzten zwei puls drin ist das wäre jetzt vier fünf sechs sieben acht was neun oder zehn ich glaube es war neun ne 10 ne 10 ne 10 war der letzte aber da gibt es noch was mit p novel novel genau mhm hobbel pornovel pornovel ich glaube das gestern war keine pornovel beta das war ein bisschen zu zu gory für ne pornovel mhm wie habe ich angefangen mit 130 ne oder 1030 glaube ich mhm mhm du hattest 88 tickets und 223 233 mhm und du hast einmal mit gems jetzt gepullt also zweimal mit gems basically mhm du hast einmal zwei pulls mit gems gekauft und einmal ein 10er pull das heißt du bist jetzt bei deinem elften multi mhm jetzt bin ich beim zwölften multi und es bleibt weiterhin kacke mhm we're so back Nummer 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 7 7 9 10 10 11 12 12 4 5 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 6 5 6 7 7 7 8 7 8 9 5 9 10 5 5 10 11 11 12 13 13 Nee, boah, Friendtrip ist heute auch nicht da. Doch, du hast eine SSA gezogen. Was beschwerst du dich überhaupt? Wie viel habe ich noch? 17. 17 Multis. Komm, drei Stück. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tja, tja. Ah, Aria. Aria. Ah, Ria. Mhm. Ich würde auch ein paar neue SSA-Units nehmen, ne? Wenn du beschließest, äh... Ich hab noch ein paar. Also, das Crown Bander war jetzt das erste, wo ich dann Pity benutzen musste. Davor hat's immer... Ich glaub, bei 100 oder so um den Dreh hat's immer, glaub ich, angefangen, dass ich die Jungs gezogen hab. Ich weiss beim Markim... Deine Crown Pulse waren... Besonders. Besonders scheiße, ja. Ja. Oh, dritte SSA-Vom... Alter, was sind deine Friendship Pulse? Na, wieder. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Ho. Ne, Tetra. Größte... Fraktion. Oh, nice. Leona mit... ihrem... Löwen-Ding. Mit Timmy. Das ist bei 9 Nikes. Jetzt bin ich bei 102, die ich besitze. Oh. Ich hab, ich hab noch gehört, dass sich der Ton geändert hat auf den, auf den Spook. Äh, ist das DEE Killer Wife? Ja, das ist DEE Killer Wife. Die hab ich auch letztens gezogen aus irgendwas. Ich weiß nicht woher, aber ich habe sie gepolt. Raider-Banner, Normal-Banner, Moles, das kann ja alles sein. Spare-Budys habe ich eigentlich. 71.000. Das wird eine Menge, es ist A-Moles. Da kommt es jetzt am Ende noch zusammen. Was auch immer deine Friendship-Pulls sind. Meine Friendship-Pulls gehen immer in irgendwelchen ganz großen Humbug. Ups, habe ich geskippt. Nice. Noch eine neue, äh, äh, ne Booty, äh, Letove. Ich glaube, die waren ja beide Supporter für ein Shotgun-Team, also. Jetzt bräuchte ich noch, äh, Made Privacy. So, ist das jetzt sprachaktiviert? Oh, es bleibt noch blau. Ah, ist anscheinend nicht sprachaktiviert. Damn, 8 SA-Units. Ist das nicht schlecht? Ist das nicht schlecht? Auch nichts Neues. Also über deine Friendship-Pulls kann man sich nicht beschweren. Das waren einfach gute Freunde, hm? Ja, sagte er und... Er holte den nächsten nachher vor. Ich habe schon den zweiten auf... M-M-Missilis! Könnte es dir sein? Ne, es könnte mehr Pepper sein. Hm. Hatte ich heute auch in meinem Essen? So, das war auch der letzte... Du hattest heute Mädchen in deinem Essen? Das ist sehr, sehr... Kein Kingshaming. Hä, alles... Alles vegetarisch heute. Und jetzt können wir gucken, was mir 210 Normal-Pulls geben. So... Was soll's denn sein? Am besten alle, die ich nicht besitze. Du hast keine Massianer? Ja. Ja. Keine... Äh... Private Unkind-Made. Keine Helm... Drei... Mehr Killer... Maid... Äh... Killer Wife ist gut... Killer Wife hast du eben gepullt, oder? Äh... Spare Body, ja. Äh... Ich glaube, das ist im Moment zu fein. Lysen ist eh schwieriger. So, hier... Die drei, die ich nicht habe. Hier, Jekyll und Julia. Tove habe ich jetzt. Das heißt... Lita stärker machen kann ich auch immer haben. Maxwell wäre noch interessant, stärker zu machen. Sonst... Put mir mal Naga mit rein. Und hier bei Tetra... Tov raus. Elise... Äh... Alice. Bunny Girl... Elise, Alice ist auch fast dasselbe. Bunny Girl sind die zwei, die mir fehlen. Okay. So. Let's so go. Mehr Bunny Girls nimmt man immer mit. Bunny Girls sind super. Hast du sie auch schon? Nützt du sie? Äh... Oh. Nee, ich... Ich habe Tia Naga. Tia Naga reicht mir. Hm. Da brauche ich keine Bunny Girls. Bunny Girls... Es gibt ja einigen Content, wo du mehrere Teamer haben willst. Jaaa... Äh... Da fehlt mir dennoch Blanc. Na Red Hood? Oh. Oh, Scarlet. Sogar die Black Shadow One. Hm. Von der habe ich auch noch. Ich mag Black... Ich mag Black Shadow einen Tick lieber als die Base Scarlet. Hm. Base Scarlet braucht halt noch ein bisschen Investment in Overload Gear, dass du dann bessere... besseres Ammo hast. Jaaa... Als ob ich Overload Gear habe. Hm. Hm. Bist du drüber schon Kapitel 16 drüber? Nein. Ja, dann... Sputen sie sich mal mit junger Naan. Hast du mich grad als ein indisches Brot bezeichnet? Als junger Mann? Immerhin bist du dann ja. Du hast mich als junges Naan bezeichnet. So. Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miss Seles. Miss Seles... Miss Seles. Ist es etwas Neues? Yes. Jacka. Nice. PVP Unit. Nice. Meine Kollektion wächst. A Frauen. Hm. Hm. Also würde deine Kollektion an Männern in Nike wachsen, denn würde ich mich auch sehr wundern, welches Spiel du spielst. Da kann ich ja nur Pascal haben. es gibt einen typen von mir er gibt es pascal kommt mir jeweils was doppeltes da wird er auf einmal ganz greedy bisschen ausgleich kann ich doch haben oder sagen nach den shitpuls auf dem anderen account er ist über die 200er wand gekommen also jetzt ist eigentlich scheißegal was ich mit dem james da mache so zu sagen es ist ein vorfahren account sozusagen naja wenn es ein sa only account ist dann ist es logischerweise ein vorfahren account ich frage mich wie lange der bräuchte um die story komplett zu schaffen gibt so ein zwei boss falls da denke ich mir so wie soll ich die schaffen musste komplett druck zu sein es ist aus zwei stück ok 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 da hast du dein ausgleichen der trostkreis er war auch was neues sein ja ich habe auch nur auf die brille geachtet noch eine red hood modern ja auch mehr ist hier zeit ihren skin zu kaufen oder ja ich hatte aber ähm gebärfreudiges becken das kann auch noch was neues tier tier naga naga wie war das naga kann ich auch mit crown benutzen also äh nein tier kannst du auch mit crown benutzen naga mit crown wird ein bisschen schwer ich glaube ich glaube es war anders ich glaube du konntest crown mit naga benutzen aber ich bin mir auch gar nicht ganz sicher wieso sollte man crown ist ein 20 sekunden cooldown burst 2 naga ist ein 20 sekunden burst 2 wieso solltest du die in kombo benutzen wenn tier ein burst 1 ist der von crown gebufft wird weil sie vorher burstet ähm bei tier hast du es äh bei naga hast du es dann dass sie ja wenn sie ein schild bekommt macht sie dann extra core damage und das schild von von crown funktioniert dafür auch so glaube ich die argumentation muss ich aber noch mal nachgucken denn benutzt sie ja basic die als die unit die niemals bestest 130 puls sind noch da naja da wird jetzt nichts mehr drin sein du hast ein lagrad aufgebraucht sagst du und zwar ich kriege jetzt das hier das ist sehr schön für dich aber das ist genau das was ich gesagt warum hat er nur immer recht den anno machen bringt auch nix aber wir es den anno noch mal machen das ist halt neue juni ist bvp units lieben wir look at those ten lines baby nicht drauf geachtet ist noch was anderes hier in der mitte kannst du das noch mal pausieren im richtigen augenblick nein sie macht kein peter hat kein panty shirt beim darin haben sie auch die leute beschwert das ist sehr deprimierend ihr bürst ihr bürst hat aber ein hauptsache der bürstern das ist was wichtiges wie viele juni zählen ja noch von einem schluss vier stück die du noch nicht hast vielleicht sind alle weg jetzt glaube ich eher weniger nice liter das zwei von drei liter oder max limit break ist hier damit echt das ist jetzt mag damit ich dachte das wäre zwei von drei cool ja ja recruitment 70 bulls fünf sind noch offen ich den jackal raushauen fünf sind noch offen habe ich aber gut geschätzt mit vier sind noch offen oder das ist noch fein das ist fein tetra gibt es einmal sugar ich werde es von den bürst 1 verbessern ich werde es von den bürstern vielleicht noch ein neues so ne kein fakeout fünf von fünf fünf von fünf ich wiederhole mich zwar ungern aber fünf von fünf ne sechs zu vier ne dreimal ja ich meine fünf von fünf fehlen hm achso ah da habe ich den sound gehört hm hm missiliess kann auch neu sein kann nicht jede fraction neu sein so clever maxwell aber es ist die maxwell die du eben neu drauf gepackt hast wieder hm ne es waren fünf in tetras das einzige was nicht neu sein kann nicht so so drei pulls noch ne sehr sehr search da packt man sie sich schon auf die wunschliste dann kriegt man sie hin mal scheinerei ök ist ja auch nicht alles von der wunschliste kriegt deine standard banner puls waren lucky genug so und das wir jetzt noch übrig haben wären dann fangen wir mal mit den high quality mods an machen wir machen wir hier mal einen 5er mach mach alle 10 gleich ich kann mir gleich neue kaufen gucken wir mal hier wie ein 5er voll aussieht schau mal was neues oh alysian ah marciana nice marciana ist sehr sehr schön hm also als äh unit hm ho 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 beta what the fuck what the fuck is going on ja mach mir 10 probability 21% das heißt 2 von 10 wäre normal was wir erwarten 2 von 10 erwarten wir und wir kriegen 1 von 10 ist das noch ne max ne laplace oder mhm what the fuck is going on ich hatte mehr achso ich hatte stimmt ich hatte 1000 so what the fuck deine moles sind ich lass mal hmhm ich pilgum wenn ich warte ist crown drinne also die würde ich glaube ich noch lassen ich guck mal bei den anderen zwei ob ich da was neues draus ziehe uff eine guillotine wie hast du es gerade ausgesprochen guillotine oh guillotine ähm so dann kaufen wir uns jetzt neue ssa-moles wie der kannst du dir denn holen oh oh äh was waren es 20? fast 20 japp fast 20 da sind sie so diesmal mindestens 6 ssa's und ein neuer und ein neuer mhm ne naga ist gut ne alice ist gut ne alice ist gut ne grow ist nicht so gut es sind es sind es sind sieben ssa's aber dafür keine neue dafür ist sind zwei ne blan ne blan und ne brivit merk ha 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 brivit rifi hab ich jetzt auf korp 5 damit rifi nimmt man mit aber vor allem nimmt man blan und ls mit und da noch sieben auch gut noch eine blau und der volume und noch in der liter darüber kann man sich echt nicht beschweren muss die anderen zwei nicht nutzen was wir nicht benutzen die anderen beiden da mit dem roten bobble wenn ich auf moles warte kann ich noch crown hier ziehen okay habe ich nichts neues da kann ich auch ein bisschen neue unit dabei kommt was soll ich habe noch das was ihr nicht habt overload hier nein manufacturer da habe ich 27 stück die ich kriegen kann wieso haben wir das nicht wo hast du das her special interception so habe ich hier was interessant ist für den defender meine güte selin wegen ihr habe ich jetzt die ganze zeit nur ein wurm kein gutes gier schade one oh one night so 3000 puls das mission habe ich geschafft insgesamt viel spaß damit nach drei tagen wird es besser 3432 mal gepulst und das ist jetzt der dritte tag so wie viele neue messages habe ich wo ich habe ich habe nicht erkannt dass das ein poliner spezi ist sechs neue werden ja angezeigt okay gut mein spezi erkenne das muss ich jetzt muss ich das erstmal wieder finden draufklicken und komplett angucken anhören doch nehmen wir fest ist ein buddy piece so jetzt kann ich mal ausmachen aber chips und tatsächlich